Ich habe überhaupt keine Lust zu diesem Video. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario 3D Land. Die letzte Folge hat ja so abrupt geendet. Ich bin komplett am Ausrasten. Dieses Level ist der größte Rotz, den die Menschheit je auf die Beine gestellt hat. Das ist Abfall. Das ist der Schmutz aus dem Vorort. Jetzt geht auch mal. Mario, geht auch mal. Mario? Mario. Ich habe keine Lust auf dieses Level. Ganz im Ernst nicht. Ich höre mir Tanookis. Wir können gar nicht alle, aber hier fehlt uns die zweite. Wieso kann ein Level so aggressiv machen wie dieses Spiel? Das ist absurd. Nimm doch dieses blöde Item mit Mario und renn durch. Nein, ich habe keinen Corona. Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich dieses Spiel hasse? Häufiger in der letzten Folge. Sehr schön. Also das Spiel hat seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, in diesem Spiel hat man immer was zu tun. Der Nachteil ist, man will es nicht tun. Ne, 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 warte, mach er mal durch nach hinten. So, jetzt. Ich finde es toll, wenn er auf den Dings da klickt, dann rennt er durch zu dem, wo er hin soll. Oh, die Konzentration, ich bin jetzt leise. Sorry. Ich bin jetzt, lieber auf den Dings da. Ich bin jetzt, dass ein Dings da passiert. Ich wünsche mir, dass immer das Annual ist, denn die Länder��이 geschehen. Ja, ich bin jetzt nicht dafür. Ich bin jetzt schon mal. Ich bin jetzt nicht dafür. Der geht's bei mir. Ich weiß, dass das die gute Wolvik-Flasche ist. Ich glaube aber jetzt beruhigt mich nicht mal mehr Wolvik-Wasser. Ich bin kurz davor, dieses Ding an die Wand zu schmeißen. Geht doch so hoch. So, dreh dich da hin. Du sollst die P, T und K laute finden. Das ist nicht wie Pürtürke. Das ist in eurem Kopf, wenn man wehtun, als wäre da unten der Bass drin. Der Bass darf gerne bei B vorkommen. Ein bisschen bei P. Aber bei K jetzt so ein... Ich bin zu dumm. Ja, ich bin zu dumm. Jetzt aber bei K noch ein Bass reinzuhaben, fände ich jetzt nicht ganz so... Sag mal, bin ich zu dumm zum Rupfen? Nimm dieses Item. Geh nach da vorne. Drück dieses Ding eins, zwei, drei, viermal nach oben. Geh auf das... Spring und nimm diese Dreck-Starcoin mit, die kein Mensch in seinem Leben jemals wieder sein kann. Lauf zu. Geh da rein. Warte. Mario, springen? Lass dich treffen, kein Problem. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Diese Folge wird so lange gehen, bis ich das Level geschafft habe und sobald ich es geschafft habe, wird diese Folge enden. Und sei es, dass ich es jetzt schaffe, dann wird die Folge jetzt enden. Ihr wurdet gewarnt. Das ist der Stuhl, der noch anfängt zu flitschen. Das ist der Stuhl, der noch anfängt zu flitschen. Das ist der Stuhl, der noch anfängt zu flitschen. Das ist der Stuhl. Das ist der Stuhl, der noch anfängt zu flitschen. Das ist der Stuhl, der noch anfängt zu flitschen. Das ist der Stuhl. Das ist der Stuhl. Das ist der Stuhl. Ich spring nach hinten. Ey. Dieses Spiel besteht aus einem Betrug. Ja, ist überhaupt nicht seltsam oder so, dass das Spiel vorausschauend ist. Mir egal. Du. Stirb. Yes. Noch nie ein so schlimmes Level gehabt im gesamten Let's Play. Achso, ich habe das Level geschafft. Die Folge endet nur sieben Minuten. Klar, könnte ich jetzt noch ein bisschen Zeit raus. Hier gibt es was. Es muss was geben. Es muss was geben. Es gibt auch was. Bis jetzt gab es nämlich immer was vorne an dieser Spitze. Dann würde es auch jetzt was geben. Glück, Leute. Ja. Dieses Video hat nur den Sinn, dieses eine Level zu spielen. Ich muss mich an mein Wort halten. Ich will aber das Video nicht beenden. Ich beende das Video nicht. Ich lasse es den Typen wenden, der das Video schneidet. Ich hoffe, ich habe das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und ich glaube, ich sollte jetzt einfach mal liken. Ge-Gre-Assetto. Dann beden die L Gallop Zumatheißau. otine